Engagiert, dynamisch und voller Herzblut. Das ist die Marktmusik Timicam. Im Herzen Oberösterreichs, umgeben von der wunderbaren Landschaft des Salzkammergutes, liegt im Voralpenland die Marktgemeinde Timicam. Ein Ort voller Tradition und Kultur, in dem die Musik natürlich nicht fehlen kann. Seit über 160 Jahren bereichert die Marktmusik das Timicammergemeindeleben. Gegründet wurde die Musikkapelle im Jahr 1851 und das 160-jährige Bestehen 2011 mit einem großen Fest gefeiert. Im Zuge der Feierlichkeiten schenkte sich die Marktmusik ein viersätziges Auftragswerk, von dem sie Ausschnitte des ersten und zweiten Satzes hören. Untertitelung des ZDF, 2020 Als traditionsbewusster und gleichzeitig zeitgemäßer Verein zählen Walzer und Marsch ebenso zu unseren Lieblingsstücken wie aktuelle Film- und Unterhaltungsmusik. Beim alljährlich im Herbst stattfindenden Zezirienkonzert wird auf abwechslungsreiches Programm Wert gelegt. Vielen offiziellen Feierlichkeiten verleihen die Musiker der Marktmusik einen festlichen Rahmen. Auch kirchliche Feste, die das Jahr hin durch stattfinden, werden von unserer Musikkapelle begleitet. Musik Musik Für gesellschaftliche Anlässe vom Frühschoppen bis zur privaten Geburtstagsfeier bietet der Klangkörper der Marktmusik mit seinem breiten Repertoire die ideale Unterhaltungsmusik. Die musikalische Qualität hat gemeinsam mit der Kameradschaft, die wir pflegen, einen hohen Stellenwert in unseren Registern. Musik Als Zeichen der musikalischen Weiterentwicklung stellen wir unser Können regelmäßig bei Wertungsspielen unter Beweis. Musik 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 In größeren Abständen laden wir die Bevölkerung zu musikalischen Galanächten und Gäste von nah und fern kommen, um hohe musikalische Qualität und gute Unterhaltung zu genießen. Verbunden mit Sängern aus unseren eigenen Reihen und spektakulären Lichteinlagen zählen diese Konzerte für Besucher und Musiker zweifellos zu unseren Highlights. Musik Musik Ewigkeit ist lange Weile auf Dauer, ein zustloser Kreislauf, kein Anfang, kein Schluss, denn stets wiederholt sich dasselbe von vorne. Du bist zum Leben erwacht, die Ewigkeit beginnt heute Nacht. Die Ewigkeit beginnt heute Nacht. Ich habe mich geschehen, dann auch mein Herz zu verlieren. Jetzt verliere ich fast den Verstand. Besonders erfreulich ist, dass sich namhafte Künstler aus Timmeltam und Umgebung immer wieder bereit erklären, Projekte wie die Galanächte mitzugestalten und dadurch dies musikalische Feuerwerk aus Musik, Gesang und Show entstehen kann. Musik 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 Konsortant, unterhaltsam, feierlich, stimmungsgeladen. Die Marktmusik Himmelkamp freut sich, unterschiedlichste Veranstaltungen musikalisch zu bereichern. Die Marktmusik Himmelkamp freut sich, unterschiedlichste Veranstaltungen musikalisch zu bereichern.